Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei EHAYO. Ihr verfolgt mich ja eh fleißig auf Discord und auch auf Instagram, wer mich hat, hat das auch schon gesehen mit den neuen Fotos, ich habe mir ein neues Spielzeug gekauft. Nachdem ich mit dem Laser so dermaßen zufrieden bin, dachte ich mal, ich mache noch mehr Fertigungsprozesse bei mir hier im Haus, also habe ich mir eine süße kleine Bestückmaschine von der Firma Kuihe aus China kommen lassen und wie ich die Maschine jetzt auspacke, wie mühsam das war, diese 125 Kilo hier hochzukriegen in den ersten Stock und was ich sonst noch so alles gekauft habe, seht ihr jetzt in den nächsten Videos. Dieses Video wird rein, das Auspacken und Hochtragen sein und in den nächsten Videos nehmen wir es da mal in Betrieb. Ich muss die Griffe dran schrauben, wir schauen mal an, wie das Ding funktioniert grob. Wir werden dann die ersten Fieder in Betrieb nehmen. Ich habe einen Rakel, also einen manuellen Rakelteil dazu gestellt, den werden wir uns anschauen, wie der funktioniert. Ich habe, steht hier, Lötofen, 5 Zonen-Reflowofen, so mit Förderbanden durchlaufen, den werden wir in Betrieb nehmen und so weiter. Und ich bin mal läugierig, ich freue mich drauf, ich freue mich mächtig drauf, und ich hoffe, es war so smooth, geil. Also ich habe die Anleitung gekriegt, dass wir zuerst die Schrauben auf der Seite raus tun müssen. Dann werde ich die mit der Hand rauslassen. Und dann kommen wir die Kisttüche hochheben. Ja. Ja, ja. Die da? Die da, ja, unter der Linie steht es. Also, tschau. Okay. Grüß dich, ich bin ja, Chef. Hallo, Chef. Ich bin jung. Die lupfen noch gar um in Christoph, die Kiste. Schau mal, die Schrauben. Ja, gerne. Ich kann sie noch mal herznehmen, gell? Ja, die schmeiß ich auch nicht. Ja, die schmeiß ich auch nicht. Ja, die schnau. Ja, die Schrauben. Das ist wirklich eine ganz-vergleiche. Ja, bis zuerst die Schrauben. Ja, ich muss die Schrauben halt ganz einfach so tun. Ich muss sie leider sehen, ob ich es nicht mehr so hinbekomme. Ja. Ja, ich kann sie nicht mehr so hin. Ja, das ist es passiert. Ja. Das ist ja immer ein bisschen, na. Ja, ich kann es nicht mehr so hinbekommen. Na geht's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, ich hoffe ihr bleibt dabei, ich werde eine eigene Playlist anlegen dafür, ich werde aber Instagram immer wieder Fotos posten, damit ihr das auch seht, abonnieren, damit ihr die Videos nicht verpasst und bis zum nächsten Video, ciao!